Wir hoffen tatsächlich sehr, dass wir es schaffen können, mit dem Projekt Klebermove, den ÖPNV hier im Landkreis, wirklich zu stärken, wirklich voranzubringen. Dass es einfacher zu planen ist, einfach zu handeln. Dass die Leute auch gerne den ÖPNV in Zukunft nutzen. Langfristig dann tatsächlich auch eigenen Pkw zu reduzieren. Und die langen Wege hier durch den Landkreis mit dem ÖPNV nicht mehr zur Tagesreise werden. Das wäre meine Wunschvorstellung. Vielen Dank.